Hi, wir gehen auf die 100 Videos zu, deshalb wollte ich mal heute einen kleinen Zusammenschnitt aus der Geschichte von IAS TV zusammenwürfeln in ein paar kleine Clips, sowas wie Zapping ungefähr, deshalb wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen und Zusehen. Ich bin der Gregor und wünsche euch viel Spaß bei den Clips. Bis. Hallo. Herzlich. Willkommen. Bei IAS TV. Ich würde mir mal Gedanken machen, meine Begriffe, sie haben nie was mit irgendwas schwul zu sehen, aber ihr immer Stripper. Stripper hat doch nicht schwul. Nein, wir brauchen nicht. Stripper, Nuckenstricher, ihr wollt alles diese Scheiße sehen, nicht ich? Ja, wir brauchen. Jawoll, jawoll. hallo herzlich willkommen oder nicht herzlich willkommen wenn da microsoft mitarbeiter gerade zuschauen fuck you okay los ja die Mutter da jetzt schämt er sich wixen vor der Mutter ey guck mal jetzt wieder so ein Fail du hast noch eine Toilette was denn? wie schnell bist du denn? die Mutter war da und er musste wixen Marcel wie schnell bist du denn? Marcel wie schnell bist du denn? den kannst du mal sehen ne? den kannst du mal sehen schöne Grüße an Mama wixen 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 Musik 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 Harry du bist der Meister drin Natürlich Musik 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 Nur weil der immer wettläuft und killt. Dummes hässliches Ding, spring gleich auf meinen Kopf. Das kannst du nicht wiederbeleben. Jetzt krieg ich euch das auch. Oh man. Also als erstes muss Harry singen. Ja Harry, du bist dran. Sing. Alle meine Entchen. Alle meine Entchen. Nein, nein. Ich will alle meine Entchen hören. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Moment. Ja komm weiter. Warte noch nicht weiter. Christopher warte doch mal. Genau Christopher. Warte doch mal Christopher. Dann darf er gleich singen lassen draußen. Dann darf er singen. Harry du bist dran. Sing. Harry sing. Ja was soll ich singen? Ja das Lied. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Schwimmen auf dem See. Weiter weiß ich nicht. Aber jetzt nehme ich ein bisschen Schnee. Ja ich fang mal anders an. Ja ok. Pressen. Brücken Brücken. Sauer werden. Ausrasten. Durchstehen. Halk. 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 Halker. Beine game. Kauakt. karri this. Was wenn einer? Zut. Was hat war immer noch zurück? Okay. Also Marcel, dein Erlebnis mit Zombies, wo hast du das erste Mal erlebt, als du Zombies gesehen hast? Ja, eine schöne Frage. Ja! Eine schöne Frage! Ja! Das erste Mal habe ich dir erlebt in einem Spiel, ne? Welches Spiel war's? F4D war das. So, Gregor, guck weg. Ok, ich guck weg. Ja, was? Ja, Bül. Sag, wenn ich wieder gucken kann. Und? Moment. Ja, hättest du ja schreiben können und dann mir sagen können, guck weg. Ja, ja, Moment. Hat er schon geschrieben, er zeigt das gerade noch, jetzt kannst du. Kann ich wieder gucken. Warte, warte, nein, noch nicht. Ah, lol. Oh, Klappe. Malst du wieder was? Nein, nein, ist gar nicht los. Christopher, wo hast du das erste Mal Zombies gesehen? Ich... Ich aber... Was für eine tolle Frage, so wie Marcel Musso. Was für eine schöne Frage. Ja, genau. Ja, genau. Ich hoffe, ich lebe. Es kam schon zu oft. Nein. Vielleicht doch, ich sag gar nichts. Du darfst es ja nicht sagen. Du musst es erstmal lösen. Ja, aber ob es mit den Affen zu tun hat, kann es mir doch sein. Mongo. Nein. Ey, du Mongo. Ey, was willst du, du Mongo? Spastika. Nein. Ja, komm mal weiter, mach mal was anderes. Du hast es schon aufgelöst, aber es macht doch viel Spaß. Echt? Ja, toll, wenn du... Ja, habe ich es jetzt schon richtig gesagt, oder was? Ja. Ja. Was war es, der Mongo? Affe. Ja, Leute, was macht ihr für Kinderbegriffe? Wollt ihr nicht verarschen, Alter? Alter. Ja. Dann kommt halt die Frage, wie war der Name von deiner Mutters Vater, etc. Dann gibst du ein Hans Peters Wurst, das ist aber noch nicht alles. Dann kommt wieder so ein komischer Wurst-Zahlencode oder Wortcode, den man nicht lesen kann, wo man da so guckt. Hallo? Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ich bin Staubsauger-Vertreter Drei-Loch, können Sie mich bitte hochlassen? Warte, ich gucke auf die Uhr. Ja, los, Mann. Warte, warte, ich gucke auf die Uhr. Warte, dann machen die gar nicht die Grammassen. Ja, irgendwelche Grammassen, die ganze Zeit. Immer verschieden aber. Ja? Ja, hat einer eine Uhr? Ich habe keine Sekundenanzeige. Wir haben doch eine Uhr. Geiß Handy. Wer macht denn die Tür schon auf? Warte doch mal. Der macht selber gerade eine Tür. Willst du mich verarschen? Ja, sing jetzt, sing einfach, sing jetzt. Nicht singen, die Grammassen. Komm mal, sing. Guck mal, wie viele Hände, guck mal, wie viele Hände. Oh, guck mal. Wir können jetzt einfach durch die Tür ballern, oder? Geil. Adi, kannst du mal kurz stillhalten? Das Monster, guck mal. Einfach durch die Tür ballern. Warte, nur auf jeden Fall, guck mal. Ja, okay. Guck mal, die Hand hängt da. Warte, ich habe Sekundenzeige. Warte, 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 warte. Jetzt eine halbe Minute. 10 Sekunden. 10 Sekunden. Okay, ist vorbei. Okay, ist vorbei. Hey, ich bin froh bei euch. Wieso? Warte, warte, warte. Oh, ich stirbst doch. Lass uns einfach nochmal töten und dann nochmal neu raus. Ey, wieso soll ich denn alles laufen, Alter? Hey, hört auf euch zu heilen! Hört auf nichts. Wir töten uns, wenn ihr sie wieder sind. Ja, bin ich ein Gerät? Nein, der Gerät bist du nicht. Bin ich in ein Haus? Nein. Der gibt den. Egal. Das ist der beste Wasserwissen. Ja und ich überleg mal, wenn das kein Ding ist, kein Mensch, kein Tier, keine Pflanze, kein Auto, dann kann... Und dann spielt der Hollywood, wo bin ich bekannt. Ja, das ist doch so. Ja, du rennst, du rennst ja immer noch. Aber, Leute, ist das nicht ein halbes Tier? Ehrlich jetzt? Nein. Nicht? Das kann man nicht sein, das kann ich gar nicht sein. Das kann ich dir gar nicht sein. Du sollst immer über deine Fragen stellen. Das geht nicht so. Er stellt Fragen über seinen Ding, weißt du? Das geht nicht so. Das geht nie im Leben. Das war ja so einfach, das geht nicht so. Unten sind Zähne, oben sind Haare. Schwarze, um genau zu sein. Was ist das denn, Alter? Ich... Ich mache eine Aufnahme und wir reden heute einfach so in die Welt hinein. Du arme Schwein. Nimmst du gerade auf? Ja. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Du nimmst echt nicht auf. Doch. Hör. Ich schwör. Du nimmst echt nicht auf. Du nimmst doch nicht auf. Doch. Du nimmst echt nicht auf. Doch. Ich möchte gern, dass mein ganzes Gehirn schon mal klar über die Kämpfer hat. Ich bin vorbei. Jetzt fäng ich hin. Ich bin vorbei. So. So. Und? Das ist das Richtig. Ja, es schmeckt mich schön. Hier genau. Hier haben wir ja verkackt, ne? Äh. Du. Du. Also Apple und der Sniper, der da oben, der guckt da. Ja, auf den hast du da rumgeschossen. Wir sind bescheiden, Alter. Ich hab ihn markiert. Er ist eingegangen. So auf den schießen oder so auf den schießen? Ja, wenn du den Trixen genauer das Gesicht hast, dann hau rein. Hab ich. Sniper, umpass auf. Der sieht dich. Der sieht mich nicht. Nein, es ist Mr. G. Dadadadum dadadum dadadum. Dadadadum. Dadd, ich seh nichts. Dadd, ich seh nichts. Du überlaßt werden, musst du tüchtig trainieren. Du ja, du bist spielfeld wie der Teufel, lässt dich mehr zu halten. Jedenfalls bin ich nur auf der Suche nach pra kiddingem. findest, kannst dich gerne persönlich bei mir melden und zwar schreibst du unten in die Kommentare einfach einen Text und dann melde ich mich gerne bei dir jedenfalls, hab ich echt Lust. Falls du süß aussiehst, schlau bist, nett bist und einen netten Jungen suchst wie mich, kannst dich gerne bei mir melden. Ich bin noch Single und suche auf jeden Fall ein nettes Mädchen, was zu mir passt. Also wenn du glaubst, dass du zu mir passt, melde dich bei mir. Und wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und genau mich willst, nicht ihn, sondern mich, melde dich, schreib einen Text zum Kontakt. Nein. Und ach ja, was ich bedenke, was ich nur sagen sollte, meldet euch aber auch nur, wenn ihr kein Kind habt, ne, damit das klar ist. Ich will keine, keine Muttis oder so, das geht auch gar nicht. Ich will keine Kinder hier rum. Ich hab nichts gegen Kinder, wenn das meine Ereignisse sind, ja. Aber nicht Oma, ich schreib Muttis, Alter. Ich bitte euch, Alter. Ich will hier nicht mit Papier spielen von irgendeinem anderen dahergelaufenen Typen, ne. Harry nimmt alles. Harry nimmt Muttis, Omas, Animals. Ja, was ist denn los? Dance? Nee, nee, du machst es in diesem Video. Das ist ja dieses Video, die Runde vorbei, deshalb. Mach doch irgendwie so Session, Alter. Ich hab da auch letztens so, der, 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 der. Du bist doch nicht Schwuchtel, wenn ich bin. Ja, genau, ich bin der Schwuchtel, okay. Ja. Du stehst doch auf Dancen. Ja, ganz genau, ich hab's so gerne gemacht. Aber du bist ohne Kopfhörer, ich mach ohne Kopfhörer, dann, ne. Ja, ohne Kopfhörer. Weil das Kabel ist doch so lang. Ja, klar, ohne Kopfhörer. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der zeigt wirklich seine Ars in die Geburt. Sein Ars ist ja wirklich sexy. Ich betäube mich. 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 Du bist dann durchgedrehte Slotten gelöhnt. Köpers durch die Gegend schon der Wachen bedrönt. Du bist muss... Hey! 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 Hallo! Hallo! Gib mir mal einen Tipp. Du siehst aus wie ein Mensch. Ja, hast du schon gesagt. Einen Tipp noch. Er hat zwei Tipps bekommen schon. Du kannst liegen. Ja. Ich bin ein Drache. Ich habe mich nicht auch ein Drache. Und er rettet Leben, Alter. Komm schon. Wie schlecht ist das, Drache? Drache, der nicht der Haare hat. Und er rettet Leben. Na ist Harry! Ey, Harry, ist AFK wieder Spassi. Ne, ja? Und der besten Städte bist du AFK, ey. Komm jetzt hier rüber. Boah, Städte einfach runterspringen und der Leiter kommt. Jawoll! Ja, machen... Wir gehen noch hier kaputt. Ich schieße auf die Kotze. Ich schieße auf die Kotze. So, nehmt alle seine Lieben in die Haft. Ey, ich mach ja nicht. Lass laufen, lass laufen. Lauf, lauf, lauf. Lass an der Wand, lass an der Wand, Lass an der Wand, Christopher. Was bringt das, wenn ihr so schnell jetzt weg seid? Ich hab doch nicht mal Leben. Ich bin nur auf der ganz hinten, ey. Unschlau. Wo bist du, Christopher? Ja, ich bin schon wieder weiter hinten, also weiter durch. Ich bin ja dabei, ich bin nicht so schnell. Ja, hier kommt der Kotze. Jawoll, wir sind fast durch. Ich seh nichts. Wo sind die denn? Wo lang? Wo lang? Wolltest du sie mit Harry machen? Pack auf, Harry. Ja, hilf, 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 hilf. Wo bist du? Wo bist du? Lauf, 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 lauf. Nicht, bleibt mehr, mich hat alle gepackt, 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 mich hat alle gepackt. Christian, ich hab alle gepackt, wahrscheinlich hat auch nicht gepackt. Ist das auch mal, hierها哈囉? Nein Z- ich hab keinen Satz kaputt machen Bzzch e Andro Part Bzzch Weise So, das war das kleine Spezial. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Wir hatten auf jeden Fall Spaß mit den Videos. Und insgesamt sind es jetzt 100 gewesen. Deshalb dachte ich mir, mache ich ein kleines Spezial mit ein paar lustigen Szenen. Natürlich gab es da noch viele lustige Szenen dabei. Aber ich konnte nicht alle jetzt in dieses Video packen. Das wäre einfach zu viel gewesen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unseren Videos. Und ich hoffe, ihr bleibt dran. Ihr abonniert uns und lasst uns einen Daumen da. Das würde uns auf jeden Fall alle freuen. Und wir werden weiterhin für euch lustige Videos machen. Falls ihr irgendwelche Vorschläge habt oder was weiß ich was, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ich werde mir das auf jeden Fall durchlesen. Ich würde mich darüber freuen. Und ja, wir sehen uns jedenfalls in den nächsten Videos. Also nicht lange schnacksen, reingehauen. Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.